Hallo Fußballfreunde, willkommen hier auf Kick-Off mal zu einem ganz ungewohnten neuen Video. Ein kleiner feiner Real Talk zum gerade zu Ende gegangenen Spiel Frankreich gegen uns, gegen Deutschland. Und am Ende haben wir 1-0 verloren und ich muss doch mal meine Meinung als Video raushauen, wenn man mit dabei war, weiß wie ich das Spiel fand, wird sicherlich auch gehört und gesehen haben. Und ich hatte zwar jetzt oder habe gerade ein Lächeln am Gesicht, aber das sicherlich nicht wegen dem Spiel. Wir haben verloren gegen gute Franzosen, ich würde aber sagen nicht gegen sehr gute Franzosen und haben es defensiv ordentlich gemacht. Ja, klingt ja eigentlich erstmal ganz in Ordnung, bevor ihr jetzt denkt, ich will ja alles loben. Ne, jetzt geht's los. Offensiv. Null. Also wir hatten glaube ich 10 zu 4 Schüsse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die 10 herkamen, weil ich mich nur an ein, zwei gefällige anderen Konto von Gündogan in Hälfte 1 und Gnabry in Hälfte 2. Jogi Löw hat an seinem 3-4-3-System bis zur letzten Sekunde festgehalten und das ist für mich mit das Schlimmste heute. Also wir haben nicht verkehrt gespielt, weil Frankreich auch nicht so gut war. Also ein 1-0 ist schon das gerechte Ergebnis, auch in der Höhe. Das höher wäre es nicht verdient gewesen für Frankreich, auch wenn sie zwei gute Konto hatten zum 2-0, was ja auch per Abseits dann nicht gegeben wurde, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber nach vorne wirst du so gegen Porto und Ungarnix reißen können. Also wir hatten drei Spieler, Müller, Gnabry, Havertz, die gegen Lettland gut funktioniert haben. Havertz, Totalausfall, war von Beginn an nahezu nicht anwesend. Ich weiß nicht genau, was mit den Leuten los ist, die bei einer EM, Alter, bei einer EM. Das ist zwar nicht so geil wie eine WM, aber es ist mit das größte Turnier, was ein Fußballer haben kann. Weil als Nationalspieler ist es eh wahrscheinlich mitzukommen, als normaler Fußballer, wenn du mit dabei bist, eine EM überhaupt spielen zu dürfen. Was ist das für eine fucking Ehre? Und die gehen null in Zweikämpfe rein, sind immer zu spät, bleiben stehen, wenn sie den Ball verlieren gegen konterstarke Franzosen. Das kannst du ja keinem ernsthaft erzählen. Gut, dann hatte man die erste Hälfte abgehakt, dann dachte man, gut, zweite Hälfte, Löw wechselt aus. Havertz, der muss doch raus, der ist nicht im Spiel. Ein Gündogan, passt einfach vom Spielertyp nicht her. Es war genau das, was ich gesagt hatte. Gündogan, groß, Doppel 6, ist offensiv riskant. Also das sind auch zu ähnliche Spielertypen. Da wäre dann Neuhaus oder Neuhaus als etwa Goretzka-Backup oder ein kleiner Nachfolger oder auch ein Emre Can für mehr Körperlichkeit viel, viel besser gewesen. Zumindest dann zur zweiten Hälfte, weil von vornherein kann man immer schlau reden. Aber zur zweiten Hälfte, da hätte man ja reagieren können. Havertz, null, du hättest da schon umstellen müssen. Man hat in der ersten Hälfte schon gemerkt, wann ging was? Über Romy Gossens, über die linke Seite. Wenn es in die Tiefe ging, über Romy Gossens, sprich über die Flügel ging was. Rechts, Kimmich, total ausfallen. Neben dem Schiri auch scheiße gewesen. Aber über die Flügel ging mal was. Da musst du zur Pause eigentlich schon umstellen. Dass du Müller mehr zurückziehst, einen Stürmer vorne reinbringst, über die Flügel vielleicht dann Sanne und Gnabry bringst. Gut, es bleibt ein 3-4-3. Okay, es bleibt bei den Spielern. Es wird nicht gewechselt. What the hell is going on mit Jogi Löw? Ich habe ihn bis zum Anstoß, bis zur Hälfte, bis zur Pause, bis zur 60. eigentlich immer verteidigt. Und das wisst ihr auch, weil ich bin kein Freund davon, immer alles schlecht zu reden. Aber selbst beim Turnier nicht zu rallen, alles zu geben, das ist unglaublich. Und das verstehe ich auch nicht. Das kann ich nicht verstehen. Und jetzt werden natürlich viele alle sagen, ja, das war doch schon vorher so. Ja, trotzdem. Es ist nochmal ein Turnier, es ist was anderes. Da kannst du in deiner Karriere vielleicht 3-4 Mal mitspielen, wenn überhaupt. Und dann zeigen die so eine Leistung. Ich weiß, es war nicht eine Katastrophe, aber es war halt auch vorhin nach vorne hin nichts Gutes. Also lethargisch ohne Ende, ohne Tempo, ohne Beweglichkeit. Unnormal statisch. Und genau das kannst du vielleicht beheben. Mit einer 4er-Kette, mit einem Doppel-6, mit einem 3er-Mittelfeld und einem Stimmer vorne. Damit du mehr über Außen kommst. Auch mal hinterlaufen kannst. Hinterlaufen haben wir heute nach so nie gesehen. Und dann, ja, kriegst du zwei Absatz-Gegentore. Wie gesagt, Absatz ist Absatz, muss ich drüber diskutieren. Das war dann gut wegverteidigt. Generell, die Konter waren jetzt nicht so dramatisch, wie man es sich vielleicht, ja, gedacht hat vor dem Spiel, weil es auch nicht verkehrt verteidigt wurde. Aber dann der Schwung nach vorne. Dann bringst du einen Timo Werner. Okay, kannst du vielleicht bringen. Aber halt auch da nicht im positionsgetreuen 3-4-3-System. Problem ist bei Timo Werner, er ist dann gut, wenn er Raum vor sich hat. Und in diesem Falle heute ist er dem Ball immer entgegengekommen. Das ist dann schon Schwachsinn. Also dann musst du Werner nicht bringen. Das ist das falsche Spiel für ihn. Wir haben einen Stürmer auf der Bank. Das ist Kevin Vorland. Und für mich das wirklich negativste Highlight dieses Spiels war die Einwechslung von Kevin Vorland. Ich dachte, okay, Stoßstürmer, Vorland, vorne rein. Sané, Werner bei Außen, Müller dahinter. Zumindest noch mal für die letzten 5 Minuten, weil es war eh schon extrem spät. Aber zumindest noch mal dafür, Kevin Vorland vorne rein. Löw hat eine andere Idee. Er nimmt den eigentlich Besten raus. Robin Gosens, der nicht den Anschein machte, verletzt zu sein oder angeschlagen zu sein oder platt zu sein. Verstehe ich erst mal nur, warum man Gosens rausnimmt und bringt Vorland für Gosens. Vorland, Stürmer. Hat früher rechts außen gespielt. Jetzt Stürmer. Bringt man fürs linke Mittelfeld, der die ganze linke Seite backern muss. Er ist kein Flankengott. Warum bringt man Vorland für Gosens? Wenn du Gosens rausnimmst, warum auch immer, dann bringt Christian Günther. Der spielt die gleiche Rolle bei Freiburg. Aber doch nicht Kevin Vorland für Robin Gosens. Was ist das für ein Sinn? Schmeißt Vorland vorne rein, lass Gosens flanken, dann steht es vielleicht mit Glück 1-1. Aber du kannst doch nicht ernsthaft, ernsthaft Kevin Vorland nach links stellen. Das war für mich das negative Heidern und wirklich bis zum Schluss bliebst du beim 3-4-3-System. Es ist kein schlechtes System. Das spielt Chelsea als Beispiel auch. Das spielt Leipzig als Beispiel auch. Aber wenn du es halt nicht bespielen kannst oder nicht gut bespielen kannst, dann hast du die Fähigkeit, mit dieser Mannschaft es zu ändern. Unsere Taktik, unsere erste Elf, konntest du jederzeit in 4-3-3 umändern. Jederzeit. Und das wurde nie gemacht. Und jetzt hast du ein Auftaktspiel verloren, was sicherlich einige erwartet haben. Was ja auch nicht an sich schlimm ist, punktemäßig. Bei einer EM kommen auch die Gruppen Dritten weiter. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass du noch weiterkommst. Überhaupt nicht. Natürlich ist der Druck jetzt nochmal größer geworden. Aber wenn ich dann vorm Turnier von den Spielern höre, ist es gut, dass wir gegen Frankreich beginnen. Da muss man direkt auf Temperatur sein. Das ist gut, weil wir direkt gefordert sind. Wir können direkt zeigen, was wir können. Ja mei. Also leeres Geschwätz. Ich weiß gar nicht, was ich da genau sagen soll. Das ist so eine Katastrophe. Es sollte jetzt nicht alles schwarz gemalt werden. Toni Kroos sprach vorhin auch von einem an sich guten Spiel. Ich hoffe nicht, dass das alle so schön reden, weil rein taktisch mäßig, da muss was passieren. Also rein einschlungsmäßig war es vielleicht bei einigen okay und bis gut, bis sehr gut. Aber rein taktikmäßig muss was passieren. Wir haben tolle Flügelspiele mit Gnabry und Sané. Stellt die beiden auf außen. Lasst Kimmich und Gossens dahinter spielen. Dann hast du schon mal eine Top-Flügelzange links wie rechts. Goretzka muss wieder fit werden. Ich bete dafür, dass Goretzka gegen Portugal spielen kann. Neben Groß-Doppel-6 hätten wir auch eine defensive Absicherung, weil Goretzka kann besser Bälle erobern, kann besser auch Box-to-Box das Spiel leiten. Der wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Müller auf die Zehen und Volland bitte vorne rein. Oder von mir aus auch Samstag Werner, wenn du über das Tempo kommen willst. Aber so wirst du gegen Portugal dann auch verlieren. Das ist eine einfache Rechnung, klar. Aber so wirst du gegen Portugal dann auch verlieren. Ich war während des Spiels extrem sauer über die Spieler, über Jogi Löw, über die Auswechslung, über die Taktik. Es war jetzt nicht so schlecht, wie ich es vielleicht da beschrieben habe. Weil wie gesagt, Frankreich hat jetzt auch keinen übermäßig guten Tag gehabt, finde ich. Also du hättest mit Glück auch eins einspielen können. Das Ergebnis spiegelt für mich schon so ungefähr das Spiel wieder mit dem 1-0. Nicht mehr, nicht weniger. Also es war schon was drin, aber du hast es halt einfach nicht genutzt. Und das ist enttäuschend. Das ist extrem schade. Und das ist an sich eine Katastrophe, weil wir bei einem Turnier sind, welches du alle vier Jahre spielen darfst. Und jetzt muss was passieren. Das haben wir aber auch schon nach Dänemark gesagt, nach Lettland oder nach Lettland nicht zwingend, aber nach der Nations League gesagt. Mal gucken, ob es Samstag was passiert. Also, weil so wird es schwierig. Punkt. Einfach aussagen, so wird es schwierig. Und ich freue mich trotzdem auf das Spiel gegen Portugal am Samstag. Weil wenn sie da immer noch nicht wach sind, dann hat es auch keiner verdient, unter Flick gefühlt mit aufzubauen im Sommer dann. Und dann werden wir sehen, wie es da weitergeht. In dem Sinne, wenn ihr Bock habt auf die M, folgt gerne Kickoff. Wir haben eine gute Stimmung und geben mehr als alle elf auf dem Platz heute zusammen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen, gerne abonnieren. In dem Sinne, macht es gut. Ciao und bleibt am Ball. Ciao und bleibt am Ball.